Wir haben hier noch eine Seegurke, eine letzte Aufnahme bevor wir uns ins Trockene begeben. Ich filme gerade und wir filmen einfach gerade die Seegurke, die sich da hin und her bewegt. Ein paar Sekunden, schön genau, richtig. Ich mein, wann sieht man sowas schon? Was für ein Tier anfangen. Und danach begeben wir uns dann auf den rettenden Felsen. Oh, jetzt kriegst du noch nichts. So, wo noch ein bisschen knacken. Genau. Stark. Das ist sicher 180 Katzenfeld gerade. Ja, genau. Das ist hier mal echt ein starkes Tier. Und das soll für heute reichen. Tschüss.